Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo du wunderschöner Mensch, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein neues Thema, Alleinsein und Frieden finden mit der Einsamkeit. Und das ist so ein bisschen aufgebaut auf das letzte Thema, da ging es um Liebeskummer, wie du ihn heilen kannst. Und dazu möchte ich auch nochmal so ein Riesendanke an dich schicken für dieses Mega-Feedback, was ihr mir alles geschickt habt an Sprachnachrichten, an Messages. Ihr habt angerufen, eure persönlichen Geschichten mitgeteilt. Ihr habt mir in den Hörer geweint und genau das, das berührt mich so sehr. Und das sollte genau das sein, euch mitten im Herzen treffen und euch wirklich inspirieren. Und ja, damit du wieder mehr noch in die Liebe findest und zu dir zurück findest. Und deswegen danke, danke, danke für dieses ganz krasse, tolle Feedback zur ersten Sendung. So kann es jetzt weitergehen. Ich bin total motiviert. Und ich möchte auch noch kurz was zur letzten Folge dazugeben, denn ich habe es ja nicht abgehört, meine letzte Folge. Ich habe sie direkt rausgeschickt und dachte so, wenn ich die jetzt nochmal abhöre, dann will ich noch da was verbessern und da noch was dazufügen. Und da kenne ich mich zu gut, deswegen habe ich sie einfach rausgesendet. Ich habe sie aber im Nachhinein abgehört. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe euch von den Bundle Rolls erzählt. Das ist eine Übung, um Energien der Ex-Partner zu lösen aus dem Kundalini-Yoga. Und das könnte man falsch verstehen, denn es geht nicht darum, dass du es manipulativ einsetzt, damit sich deine Ex-Freunde melden und du wieder zurückkommst zu deinem Ex-Freund. Das kann zwar passieren, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Und diese Ex-Freunde oder Affären oder was du auch immer hattest die ganzen letzten Jahre, wenn du das wirklich jeden Tag durchführst, also da brauchst du Disziplin, dann melden die sich, auch wenn das 20, 30 Jahre her ist, um sich bei dir zu bedanken, um sich zu entschuldigen, weil sie dich verletzt oder verlassen haben. Darum geht es. Also sie geben dir zu erkennen, dass die Energie sich komplett gelöst hat. Das ist der Sinn und Zweck von den Bundle Rolls. Und nicht dazu gedacht, um wieder manipulativ den Ex-Freund zurückzuholen. Ganz wichtig zu verstehen. Und wenn ein Gefühl aufkommt, dass du deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin vermisst, das, was es so schwer macht, ist, dass du das Gefühl ablehnst, dass du ihn oder sie vermisst. In dem Moment, wo dein Ex-Partner in deine Gedanken kommt, öffne dein Herz, schicke das Gefühl von Segen und das Gefühl von Liebe an ihn. Und dann lass das Ganze wieder frei. Geh nicht in den Widerstand, denn das kostet deinem Körper Energie. Und die wird dir wiederum fehlen. Es ist so wichtig, dass du wirklich den Weg einschlägst, alles in dir zu finden, was du im Außen suchst. Und so wirst du ganz und so wirst du frei. Und so wirst du auch eine Liebe in dein Leben ziehen, die nicht im Mangel steht, sondern die in einer ganz erfüllten Art und Weise Liebe lebt. Das ist die Energie der Liebespaare der neuen Zeit. In einer Partnerschaft ist es so wichtig, dass beide Entwicklungspotenzial durchlaufen. Und wir haben draußen so viele Ablenkungen. Ja, die machen auch immer wieder Spaß. Aber es ist ja auch einfacher, in die Ablenkung zu gehen, als durch dieses manchmal schwere Entwicklungspotenzial durchzugehen. Und wenn nur du diejenige oder derjenige bist, der dahin durchgeht, dann ist es auch gut so, dass du gegangen bist. Denn das bedeutet, dass du dich nicht selbst verrätst. Und das bedeutet, dass du für dich eingestanden bist. Und das ist so, so wichtig, das zu erkennen. Und zum Abschluss zu diesem Thema. Auch hier ist es nochmal ganz wichtig, alte Bilder, alte Erinnerungen, all das zu löschen und zu entsorgen. Denn das hat eine immense Kraft, diese Nostalgie. Und immer nochmal die Nachrichten lesen und die Fotos einsehen. Du hängst in der Vergangenheit und bist nicht im Hier und Jetzt. Ich habe nach dem Podcast mitten in der Nacht und ich habe in der Nacht an einem Thema noch gearbeitet. Ich kann manchmal nachts super gut arbeiten. Und in dem Moment nehme ich mein Handy in die Hand. Es war 1.45 Uhr. Und bling, sehe ich den Namen meines Ex-Freundes, der mir geschrieben hat. Und ich habe dann aber das erst nochmal beiseite gelegt, obwohl es mich etwas rausgebracht hat. Und dann habe ich das irgendwann abgehört, was mich auch zu Tränen gerührt hat. Was ist aber dann passiert? Ein paar Stunden später bin ich nochmal rein, mir das nochmal abgehört. Und dann habe ich so gesehen, wow, plötzlich kommen alle Bilder wieder. Also alle Nachrichten, alle Bilder. Ich hatte alles gelöscht. Und es war aber alles plötzlich wieder in der WhatsApp zu finden. Und dann bin ich nochmal durch und bin nochmal durch. Und wo war ich? In der Vergangenheit. Die ganze Zeit. Das bringt rein gar nichts. Nada. Das ist für den Moment, oh, oh, oh. Da sind wir wieder in dem Selbstmitleid, ja. Aber das ist einfach nur Blödsinn. Ich habe jetzt wieder alles komplett gelöscht. Und finde da auch einen Schlusspunkt. Denn es führt dich nicht voran. Es führt dich eher zurück. Und vergiss Tinder und diese ganzen anderen Apps. Das ist alles nur Zeitverschwendung. Date nicht jemand anderen. Geh nach innen. Date dich selbst. Lerne Neues über dich. Erkenne die Lektionen dahinter, wenn es dir wehtut. Es ist gerade Weihnachten. Vielleicht hast du jedes dritte Bild auf Instagram gesehen von Weihnachtsbäumen mit Paaren davor oder Familien davor. Und sie grinsen dich an. Und du bist Single und sitzt vor deinem Handy und denkst so, Scheiße. Diese Situation hatte ich viele Jahre auch. Denn ich war vor allen Dingen immer an Weihnachten Single. Das Fest der Liebe. Und ich hatte mega Widerstände. Genauso im Job hatte ich immer wieder die Situation, wo ich mir ein Mantra gesagt habe innerlich. Alles muss ich alleine machen. Vielleicht kennst du diesen Satz auch. Allein sein war für mich immer negativ behaftet. Aber das habe ich mir immer wieder selbst geschaffen. Denn allein sein ist eine Qualität. Nur wir haben es bis heute nicht kapiert. Und neben Weihnachten und ganz vielen anderen Festen haben wir auch noch gesellschaftliche Wertvorstellungen, die sehr prägend sind. Und dann gibt es noch alte Prägungen aus dem Familiensystem oder aus bestimmten Kulturen, die einfach auch tief eingebrannt und genetisch verankert sind. Also kommst du aus einer bestimmten Kultur, wirst du verdammt schief angeschaut, wenn du mit 20 noch nicht verheiratet bist. Und es ist sehr viel negativ behaftet. Und das wirkt auch aus dem Kollektiv heraus. Glücklicherweise, langsam, aber Schritt für Schritt, brechen diese alten Strukturen immer mehr zusammen. Wir haben den Luxus, dass wir auf der letzten Stufe in eine neue Welt stehen. Es fühlt sich vielleicht nicht gerade so an, aber irgendwann wirst du es spüren können. Und das, was gerade draußen geschieht, gibt uns den letzten Schubs. Das Bewusstsein wächst nur durch Herausforderungen. Und jeder Tag fordert uns heraus. Was auch immer entsteht oder geschieht, liebe das. Das ist der Weg zum herzzentrierten Bewusstsein. Und dahin werden wir aufgefordert hinzugehen, in ein herzzentriertes Bewusstsein. Und paradoxerweise ist die Fähigkeit, allein zu sein, die Voraussetzung für die Fähigkeit zu lieben. Stärke die Beziehung zu dir selbst, damit du Beziehungen außerhalb von dir selbst erleben kannst. Denn ansonsten wird eine Partnerschaft auch gar nicht funktionieren, wenn du mit dir selbst nicht sein kannst. So viele Menschen befinden sich im Gefängnis ihrer Ängste. Aber mit dir, dieses eine Leben hier ist endlich. Es ist irgendwann die Zeit abgelaufen. Also schau dir diesen Bullshit an, warum du Angst hast, alleine zu sein. Warum es so sehr weh tut. Schau dir diesen Schmerz an und heile diesen Schmerz. Nimm ihn an. Wir haben es nicht gelernt in der Schule. Wir kriegen es nicht beigebracht, wie das funktioniert. Aber du bist jetzt erwachsen und es ist dein Job, dich um deine inneren Schmerzen und Selbstablehnung und vielleicht sich darum zu kümmern. Das macht kein anderer. Dafür ist auch kein Partner zuständig, sondern nur du. In jeder Zelle unseres Körpers sind alle Erfahrungen, alle unsere kindlichen Erfahrungen abgespeichert, die sich eng und schwer anfühlen. Und sie möchten von dir aufgelöst, transformiert und geheilt werden. Jede einzelne Information, die in dir noch in Angst und in Leid oder im Kampf irgendwie abgespeichert ist, werden sichtbar gemacht. Und ja, dann zieht sich Herz, dann zieht sich Lunge oder der Brustkorb zusammen. Und du kannst es spüren. Was in dir ist noch in Angst abgespeichert? Konfrontiere dich mit all dem, wo du noch in Selbstablehnung stehst und begegne dir selbst. Das Gefühl von Kämpfen und sich danach sehnen, rennen, jagen, danach funktioniert das Universum nicht. Du kannst schöpfen aus dem übervollen Glas, was du hast. Solange du um jemanden kämpfst, ist es aussichtslos. Um was sehnst du dich wirklich in deiner Projektion, in deiner Spiegelung? Nach deinem eigenen Ja zu dir. Das, was du dir selbst geben möchtest. Du bieterst dich an, du machst dich klein für die Zuneigung eines anderen. Dann schaut keine Königin in den Spiegel oder König, dann schaut ein Bettler in den Spiegel. Fühle das Nein zu dir selbst. Es ist Illusion, dass du nicht richtig bist. Lass los, was du am meisten fürchtest zu verlieren. Denn wenn du im Außen nach etwas suchst, dann wende dich an deine innere Quelle der Liebe. Die ist ja in dir. Wenn du jemanden liebst, einen Menschen, auch ob er da ist oder nicht, diese Quelle der Liebe, die sitzt doch in dir. Die ist nicht im Außen. Nähere dich aus deiner eigenen Quelle. Dadurch wirst du unabhängig, dadurch freier auch in deinen Entscheidungen und es fällt dir leichter, auch Menschen oder Situationen loszulassen. Erhebe dich von dem Mangel und komm ins Haben. Denn wer im Haben ist, der kann geben. Wer im offenen Herzen ist, hält nichts zurück. Vorher bist du nichts weiter als Marionetten deiner Konditionierung. Das dürfte ich auch auf eine sehr harte Art und Weise verstehen lernen. Und bist du wirklich in einem gefüllten Glas, dann kommt irgendwann der Moment, wo du Partner, Menschen in dein Leben ziehst, die auch mit einem gefüllten Glas dir gegenüberstehen und die diese neue Generation der Partnerschaften leben werden. Das Tragische ja ist bei den Menschen, dass Leiden die beste Motivation zur Befreiung ist. Und ja, wir brauchen oft erst das i-Tüpfelchen, um zu verstehen, dass es da noch etwas gibt, was es zu heilen gibt. Ich bin ein sehr großer Fan von Rumi und Rumi sagt, The wound is a place where the light enters you. Sieh die Wunde und die Magie hinter den Herausforderungen. Wenn wir in die Meisterlehre schauen, die meisten Heiligen, Meister, Meisterinnen haben die tiefgründigsten Erfahrungen gemacht in den Momenten, wo sie sich vollkommen verlassen gefühlt haben, wo sie sich alleine, wo sie sich einsam gefühlt haben, wo sie in einem einsamen, abgelegenen Kloster waren oder in der Wüste. Plötzlich konnte das Universum, Gott Allah, mit ihnen sprechen, weil sie dafür geöffnet waren, weil sie sich dafür geöffnet haben. Da sind die allergrößten Initiationen und Einweilungen passiert. Und sie passieren oft in der dunkelsten Phase, also in diesem dunkelsten Moment, wo es total wehtut, bekommst du so tiefgründige Antworten ganz oft. Wir sind ja nie alleine. Und ganz oft ist es so, dass wir im Leben uns nicht bereit erklären, sich diesem Feld zu öffnen. Warum auch immer. Ist ja traurig, aber es kommt ja immer mehr, glücklicherweise. Wie viele bei mir bei der Satna morgens um 5 Uhr online sitzen und weinen, weinen, weinen. Weil sie zu diesem Feld gekommen sind und sich diesem öffnen. Und dafür brauchen wir nicht unbedingt die Satna. Das geht auch anders. Aber vor allen Dingen in diesen schmerzhaften Momenten, da spüren wir dieses Feld der bedingungslosen Liebe und der Unendlichkeit und der Göttlichkeit oder des Kosmos, wie auch immer du es nennst. Also, wenn es dir Unbehagen bereitet, das Alleinsein, dann schau dir deine Themen dahinter an. Je mehr du deinen Wert erkennst, umso mehr sehen ihn auch die anderen. Möchtest du in Selbstvertrauen, möchtest du in Selbstwertgefühl hineinwachsen, dann wird dir das nur gelingen, wenn du dich selbst beobachtest und dich selbst erkennst, wo du eben nicht im Ausdruck deines Selbstwerts stehst. Also, es geht nur dahingehend, indem du dir all diese schwarzen Flecken anschaust. Immer dann, wenn du dich im Mangel oder wie ein Kind in der Opferrolle fühlst, wenn du dich hilflos und zurückgewiesen fühlst, schau, wo du in alte Muster zurückfällst. Und wenn das passiert, lass sie zu, wie eine Mutter, die ihr weinendes Kind hält. Das Kind hältst du in den Arm. Du kannst ein Kissen dafür nehmen, du kannst eine Decke dafür nehmen oder was auch immer du gerade griffbereit hast. Und dieses Kind darf dann so lange weinen, bis es den Schmerz ausgeweint hat. Wenn wir dabei sind, uns zu verändern, kann es passieren, dass wir in alte Muster zurückfallen. Das ist ganz normal. Und hier ist aber ganz wichtig, dass du achtsamer wirst, dass du bewusst dafür wirst, wann du noch in alte Muster zurückfällst, rein nur aus Gewohnheit und du stehst vielleicht schon wo ganz anders. Mir ist es nämlich ganz oft passiert, dass ich immer noch in alte Muster zurückgefallen bin, obwohl ich schon längst ausgestiegen bin. Aber man ist es ja so gewohnt. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Und ich hatte den Satz, ich habe das Gefühl, ich stehe immer alleine da. Und das war so negativ behaftet auch. Aber ich habe es verändert in, ich bin autonom. Und dann setzt es eine ganz andere Kraft frei. Und trotzdem erwische ich mich ab und zu, wie ich für einen kleinen Moment in das alte Muster tappe. Aber ich bin mittlerweile so achtsam, dass ich mich dann nur noch angrenze und sage, ja, okay. Und so oft trifft, gerade wenn wir in eine geschäftliche Partnerschaft eintreten, Mangel auf Mangel. Man gebraucht sich, weil man nicht an seine eigene Kraft glaubt. Ich habe diese Erfahrung auch schon machen dürfen. Und man will sich zwar gegenseitig helfen, aber andererseits gebraucht man sich auch gegenseitig, wenn man das mal komplett runterbricht. Und das ist keine wirkliche Zusammenarbeit. Und wenn du autonom bist, strahlst du auch was ganz anderes aus. Und für mich war das immer wieder, wenn ich in eine Partnerschaft eingegangen bin, wo ich selbst noch in einem Gefühl des Mangels war, ich wollte ein Gefühl von Inspiration, von Verdoppelung, von Aufwertung. Aber ich brauche das nicht mehr. Und ich gehe jetzt so sehr nach dem Gefühl, ob das wirklich zu mir passt. Der Weg durch das Innere geht zunächst durch ein Gefühl der Einsamkeit. Und zunächst fühlt es sich so an, als wärst du wie eine Einzelkämpferin. Und auch vielleicht das Gefühl, als wirst du von niemandem gesehen. Doch auf diesem Weg sammelst du deine Kraft. Und diese Kraft, die strahlt nach außen. Und dann werden dich die Menschen wirklich erkennen. Es braucht nur einfach Geduld. Also genieße dieses Alleinsein. Darin findest du irgendwann zu einem bestimmten Punkt auch das All-Eins-Sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, alleine auch seinen Weg oder deinen Weg zu gehen. Du musst nicht unter Beweis stellen, dass du loyal gegenüber deinen Kollegen und Kolleginnen bist. Sondern je mehr du erkennst, dass du auf deine Art und Weise deinen Job vermitteln möchtest und darin dich in deiner Individualität zum Ausdruck bringen möchtest, umso mehr erkennst du, dass du auch selbstbestimmt deine Lehre in die Welt trägst, was dich nicht zum Einzelkämpfer machen muss. Denn es heißt ja nicht, dass du keine Kontakte oder keinen Austausch pflegen kannst. Es drückt nur aus, ich möchte es auf meine eigene Art und Weise tun und darin meine eigene Essenz zum Ausdruck bringen. Und das ist ein völlig legitimer Weg. Auch da lass dir nichts anderes einreden. Emotion ist Energie in Bewegung. Und der Geist, der herrscht über der Materie. Deswegen beginnen Visionen auch immer erst im Geist, bevor sie Materie werden. Also überlege dir gut, ob du die Situation des Alleinseins verurteilst oder sie als schlecht beurteilst oder ob du sie annimmst und durch sie hindurch gehst und diese Gefühle, die dahinter stehen, in Heilung bringst und sie verwandelst. Wenn sich also dein Schmerzkörper zeigt und du gehst in diesen inneren Widerstand, dann wird es nur noch schmerzhafter. Oder du drückst es nach unten und es zeigt sich irgendwann anders über Krankheit oder ein Wutausbruch, wo er überhaupt gar nicht hingehört. und Einsamkeit ist so ein negativer Begriff bei uns. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst mit deinem eigenen Sein, deinem eigenen Selbst, wie soll das dann ein Partner? Und diese Niediness, diese Bedürftigkeit, die so viele an den Tisch legen, da ist ein inneres, ungeheiltes Kind, was ganz viel Liebe braucht. Und wenn wir alles immer wieder runterbrechen, geht es immer nur darum, dass Menschen auf der Suche nach Liebe sind. Aber im Außen, sie haben es nicht gelernt, sich selbst Liebe zu schenken. Und leider Gottes wird es in keiner Schule, in keinem Kindergarten, so ziemlich auch in keiner Familie, dir beigebracht. Leider noch nicht. Aber wir gehen in eine neue Welt. Und wenn du lernst, dich selbst zu lieben, so wie du bist, dann kannst du das auch weitergeben. Entdecke in dir die Liebe für dich und für dein Leben. Hör auf, dich zu vergleichen. Denn je mehr du dich vergleichst, umso mehr Energie verlierst du. Ich erinnere dich daran, dass das Leben immer in Zyklen verläuft. Jedes und alles zieht seine Kreise. Ob das der Mond ist, der Vollmond, der strahlend voll ist und dann immer wieder kleiner wird, zu sichel wird und irgendwann in der Dunkelheit verschwindet. Oder alles andere, was in der Natur irgendwie sichtbar ist. Es ist immer eine Geburt, ein Leben und ein Sterben. In diesem Prozess befinden wir uns. Und dann kommt noch die Wiedergeburt dazu. Sata Nama, sagen wir im Kundalini-Yoga. Und in diesen Zeiten, wo wir in der Veränderung sind, wir häuten uns wie eine Schlange. Und dann sieht man erstmal nichts. Und das ist eine Kack-Situation, aber das verändert sich wieder. Und bringe Licht in deine dunklen Ecken. Ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig. Bringe Licht in deine dunklen Ecken. Und heile diesen Anteil, der sich so alleine fühlt. Diese Kapitulation, die zwingt dich in die Liebe. Wenn du wahrhaft akzeptierst, wenn du dich ergibst, im Englischen sagt man so schön Surrender. Ganz tolles Wort. Dann beginnt sich alles auszurichten. Uns fällt es so schwer, im Hier und Jetzt zu sein, weil wir immer wieder Sorgen haben. Wir sind nicht im Vertrauen. Wir wollen unser Leben immer wieder kontrollieren. Das funktioniert aber nicht. Und entweder planen wir ganz viel in die Zukunft oder wir beziehen uns ganz viel auf die Vergangenheit. Denn die kennen wir ja. Und dann versuchen wir das Ganze einfach mal in die Zukunft zu projizieren. Schmerz vermeiden und das Positive ganz schön kultivieren. Das ist auch nicht das Wahre. Jeder Widerstand gegen das Hier und Jetzt kostet dich Energie. Und im Leben geht es, wenn wir runterbrechen auf die Grundbedürfnisse, dann geht es im Leben immer nur um Liebe. Das Grundbedürfnis aller Menschen ist Liebe. Und das beginnt mit der Liebe zu sich selbst, zu dir selbst und geht weiter mit der Liebe zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen, zur Natur, zur Erde. Also fang bei dir an. Fang an, mit dem Alleinsein Frieden zu schließen, indem du es annimmst, indem du es akzeptierst. Und in dem Moment, wo in dir eine klare Entscheidung getroffen wird, dass das Alleinsein nicht mehr der Feind ist, sondern ein Freund, in dem Moment verändert es sich. Und ich genieße das Alleinsein. Das ist so was Wundervolles. Ich liebe es auch, alleine auf Reisen zu gehen. Es hat was ganz, ganz Besonderes. Ich bin mit mir und damit mit mir im Frieden und in der Liebe und dann kann ich das auch rausgeben. Und wenn du im Hier und Jetzt schon das Alleinsein integrieren kannst, das ist eine absolute Qualität, dann wirst du auch irgendwann, wenn es dazu kommt, nicht die großen Probleme haben. Denn eines ist sicher, es gibt Wege, die müssen allein gegangen werden. Du kannst Einsamkeit in der Partnerschaft fühlen. Du kannst Einsamkeit unter Freunden fühlen. Wichtig ist, dass du die Einsamkeit in dir heilst und dieses Alleinsein nicht negativ behaftest. Und wenn du dort selbst nicht rauskommst, wenn du an Depressionen leidest, dann ist es ganz wichtig, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Und auch hier nochmal ein Tipp, den ich die letzte Podcast-Folge schon gegeben habe. Wenn es dir nicht gut geht, dann hilf einem Menschen, dem es noch schlechter geht. und damit erhebst du deine Energie, damit erhebst du die Energie des Anderen. Das ist Seva, das ist bedingungsloses Dienen. Und es führt vielmehr noch zu innerem Glück. Du wirst es selbst erleben, probier es aus. Ich habe es immer wieder gemacht und es ist sehr erfüllend. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der viele Menschen alleine und isoliert sind. Und das ist von jung bis alt alles, jeder betroffen. Und es gibt Menschen, die alleine und isoliert gerade den Übergang vollziehen, also sterben. Und da ist es ganz egal, ob du dabei alleine bist oder ob du von Menschen begleitet wirst. Es ist etwas ganz Persönliches. Es ist ein Weg, der alleine gegangen werden muss. Genauso wie andere Wege. Es gibt Wege, da kann dich keiner begleiten. Das heißt, beginne hier und jetzt Frieden zu schließen mit dem Alleinsein. Und das ist auch schon die Überleitung in die neue Podcast-Folge, die in ein paar Tagen rauskommen wird. Und zwar mit dem Thema der letzte Atemzug-Rendezvous mit dem Tod. Mit einem ganz wundervollen, berührenden Interview mit meiner verstorbenen Freundin Andrea, die ich mit anderen Freunden und auch mit ihrer Familie in den Tod begleitet habe. Und dieses Interview ist sehr lange, deswegen werde ich das aufteilen in mehreren Tagen. Und mit dabei ist auch eine weitere wundervolle Frau, die liebe Silke. Die werdet ihr dann auch kennenlernen. Und ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, wo ich wirklich spüre, es ist ganz, ganz wichtig für die Menschen vor allen Dingen, die Angst vor dem Tod haben, dass sie den Tod wieder als Freund sehen und nicht als Feind. Lasst euch überraschen, das ist keine Podcast-Folge, von der du Angst haben brauchst. Es ist begleitet, sie ist geführt und sie ist voller Liebe und voller Gefühl. Und ja, ich freue mich da selbst sehr drauf und du merkst jetzt schon, wie bewegend das für mich ist. und es wird eine, ja, eine wundervolle Zeit mit Andrea, die hier schon ganz, ganz, ja, ganz, ganz freudig darauf ist, dass diese Podcast-Folge jetzt endlich in die Welt hinaus geht. und ich danke dir fürs Zuhören heute, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dir selbst und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wie immer, nach zwei Podcasts, freue ich mich riesig, wenn du dir die Podcast-Folge teilst, wenn du, wenn sie dir gefallen hat, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes abgibst, denn ehrlich gesagt, jetzt zur Weihnacht mit den Raunächten bin ich sehr bei mir und ich achte auf meine Bedürfnisse und mir ist es nicht so danach, viel Werbung zu machen, oh mein Gott, ich weiß, man darf das eigentlich gar nicht sagen und normalerweise startet man den Podcast wohl ein bisschen anders und überall teilen und so weiter, das kommt bestimmt auch noch, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du eine iTunes-Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung abgibst, wenn du den Podcast teilst, wenn du auf Folgen gehst und wenn du wieder einschaltest bei Heiter bis Sonnig mit Nadine. Wie bei allem im Leben ist Liebe die Antwort, wähle bewusst Liebe. Namaste und Satnam, deine Nadine.